gut gewesen mal wieder und du schon was hast ungefähr ich find's mega hier in die oder eigentlich egal was geil des tages sollen wir dir ein abziehbild drauf machen dann siehst du wie es aussieht bitte nicht ja mann in seite vom armen ist es vielleicht ein anderes motiv nimmt tatsächlich als der kuh auf dem skateboard oder hier hinten nico können wir dir kurz was er droppen und druckst stencil davon aus nachher das ist mega geil vor allem wenn du das t-shirt wird so durch das sieht tatsächlich geil wird dich so zwingen das zu tätowieren das passt auch irgendwie zu diesem berlin ding irgendwie auch schon wieder ja aber eine kur auf dem skateboard plus das passt perfekt von der größe her in diese kleine partie kann später noch hier was drauf machen damals drauf machen da 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 ich würd's feiern das sieht gut aus ich weiß nicht ich will mich jetzt hier nicht reingequetschen ich weiß wie zeitlich das aber ansonsten komm ich auch wirklich noch mal in stuttgart das macht mal easy da könnten wir einen kleinen abzug in Stuttgart machen sollen wir dann so richtig Craigslist mäßig im hinterhof im wohnwagen tätowieren so temper mäßig männer wir machen es oder wir melken es dann kann ich auf die andere seite an dieselbe stelle eigentlich den zauberfrosch machen ich bin so ein opfer aber ich habe es hat alles angefangen das war ist ein frosch mit dem zauberwut den habe ich auf tik tok gesehen bro den fand ich cool stay high bis zum tot du bist bescheid